Einen wunderschönen guten Morgen. Heute möchte ich hier am Bodensee einen Teil des Jakobswegs abwandern. Also, lasst uns mal starten. Erstmal geht es hier ein kleines Stückchen durch den Wald. Und Cassie ist natürlich auch mit dabei. Schaut mal, wie wunderschön es hier ist. Hier hinter mir, da ist ein Fitnessgerät. Hier hängen so Leitern. Da kann man sich anbammeln und entlanghangeln. Und wer nicht weiß, wie es geht, hat hier noch die Bedienungsanleitung. So, hier ist schon das nächste, ein paar Meter weiter. Man kann hier probieren, wie hoch man springen kann. Und dazu gibt es eine Messlatte. Und dann gibt es ein paar Meter. Ui, jetzt habe ich ein schönes Picknickplätzchen gefunden, schaut mal. Und kein Mensch ist hier. Ist das nicht wunderschön hier? Ja, das ist ein schönes Picknickplätzchen, das ist ein schönes Picknickplätzchen, das ist ein schönes Picknickplätzchen. Und jetzt zum Aussichtspunkt, ich bin schon ganz gespannt. Habe ich euch das schon gezeigt? Ich bin ja hier autark unterwegs und das hier ist meine Solarplatte. Damit lade ich praktisch täglich mein Handy. Und zwar habe ich es jetzt hier an meinen Rucksack festgeschnallt, damit wandere ich den ganzen Tag so hin und her. Und zwar kann man hier erkennen, wie stark es gerade geladen wird, also wie stark die Sonne ist, um die Solarpaneele mit Strom zu versorgen. Dann habe ich hier die Powerbank. Das Gute daran, da sind so 4 R6 oder wie heißen die? AA Batterien drinne. Die kann man auch rausnehmen und einzeln nutzen. Und als Ganzes fungiert es als Powerbank. Da kann ich sozusagen mein Handy laden. Und man kann es auch als Taschenlampe benutzen. Das hat hier diese Eingänge, USB und so weiter. Ja und diese Solarplatte habe ich den ganzen Tag am Rucksack dran. Wenn ich eine Pause mache, dann lege ich sie ganz gezielt in die Sonne. Ansonsten lädt es so vor sich hin und man kann immer mal das Handy wieder aufladen. Ich kann die euch ja mal unten in der Infobox verlinken. Ich kann mich nicht mehr aufladen, aber ich kann mich nicht mehr aufladen. Ich kann mich nicht mehr aufladen, aber ich kann mich nicht mehr aufladen. Ich kann mich nicht mehr aufladen, aber ich kann mich nicht mehr aufladen. Hallo, ich wollte euch bloß mal kurz zeigen, wo ich jetzt angekommen bin. Und zwar hier in Lindau am Bodensee. Oh cool, schaut mal. Dort drüben, das sind die österreichischen Berge. Da ist ja der Jakobsweg auf dem unteren Schild, kann man es gut sehen. Und hier kann man zur Insel gehen, zur Lindau-Insel. So, hier sieht man es nochmal. Ich bin jetzt gerade hier. Hier ist die Lindauer Insel. Und wir gehen jetzt hier, mal gucken, wie weit wir kommen, am Ufer entlang. Schaut mal, wie es hier aussieht. Soll das Wasser früher bis zum Stillgegangen sein? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Da drüben am anderen Ufer sind die Schweizer Berge. So sieht übrigens die Stadtverwaltung von Lindau aus. Direkt am See. Schaut mal, was da fliegt. Ein Zeppelin. Hashtag alle für alle. Mitten in der Stadt wird hier angebaut. Ich bin hier jetzt übrigens in Friedrichshafen am Bodensee. Und passt mal auf, ich zeige euch hier gleich einen richtig krassen Sonnenuntergang. Hier ist das Strandbad. Anderweitig kommt man hier überhaupt nicht an den See ran. Schaut euch doch mal diesen tollen Sonnenuntergang an. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Bye!